Lauren, Russell, willkommen zum Wohnen im 21. Jahrhundert. Eine Insel der Ruhe mit ultimativem Komfort. Alle Sweden haben Zugriff unserer 24-Stunden-Überwachung aller Zugangsmöglichkeiten. Das Gebäude gehört einem Mann namens Henning Dahlquist. Ich werde den checken lassen, mal sehen, was ich ausgraben kann. Auf dem Bildschirm war kurz ein Wort zu sehen. Welches Wort? Und, Lauren, Russell meint, ich sollte Sie wieder einweisen. Was? Wenn wir in vier bis sechs Wochen keine Ergebnisse erzielt haben, möchte ich die Dosis erhöhen. Ich bin keiner von denen. Wie bitte? Lieferung! Wie sind Sie reingekommen? Ich muss Sie jetzt bitten zu gehen. Hier ist aber the pinnacle. Sonst rufe ich den Sicherheitsdienst. Ist Ihnen an Ihrem Apartment etwas ungewöhnlich erschienen? Wieso interessiert Sie all das? Ich habe jemanden getroffen, der darüber redete. Was ist, wenn irgendeiner dieses Gebäude hier als eine Art Versuchslabor benutzt? Welche Art von Erfahrung machen Sie? Koerzitiv aufblitzende Bilder. Denk mal dran, okay? Jede Veränderung... Es war keine Einbildung. Letzten Endes gibt es einen Teil von Ihnen, der unverwundbar ist. Hören Sie darauf. Sie sind nicht paranoid. Vertrauen Sie. Ich vermute, dass Sie außerhalb Ihren Möglichkeiten funktionieren. Das passiert gerade und Sie können mir helfen, es zu beweisen. Es ist alles Spekulation oder Verfolgungswahn. Solange keine Beweise vorliegen. Was ist das? Ich vermute, zu wenig Medizin und die Krankheit gewinnt die Oberhand. Zu viel. Und zieht uns. Hallo, Lauren. Sie sollten aussteigen. Was? Rennt. Sind Sie sich Ihrer Tat bewusst, Lauren? Ich habe genau das getan, was von mir verlangt wurde. Das ist einんです. Was? Es ist viel. Und schauen Sie mit. Was? Ich habe es noch nichts. Untertitelung des ZDF, 2020